Es heißt ja immer, wir als Bürgerinnen und Bürger können nichts machen. Wir können nichts verändern. Die Politiker und Politikerinnen machen, was sie wollen. Wir als Bürgerinnen und Bürger sind doch total machtlos. Aber jetzt, in diesem Fall, für die Sache haben Sie alles in den Händen. Sie können einer oder eine von den 608.000 Menschen, genauer gesagt Berlinerinnen oder Berliner sein, die wir brauchen, um die Stadt klimaneutral zu machen. Nicht irgendwann, jetzt bis 2030. Jetzt können Sie die Hauptstadt klimaneutral machen. Hier ist Leben mit der Energiewende TV. In Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, gibt es einen Volksentscheid. Soll Berlin per Gesetz klimaneutral werden? Und das schon im Jahr 2030. Stefan Zimmer vom Klimaneustart Berlin heute wieder im Studio. Wir stehen kurz vor der Wahl. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer kennen ihn schon. Wir haben schon verschiedentlich darüber berichtet und jetzt geht es so in den Endspurt rein. Und wir wollen Sie darüber informieren. Erstens, wie ist der aktuelle Stand? Zweitens, was muss noch passieren? Was kann passieren? Wie sieht der Gegenwind aus? Und noch einmal, kann Berlin es tatsächlich schaffen, bis 2030 klimaneutral zu werden? Eine Sache vorneweg. Nun ist es ja so, dass Menschen wie Stefan sich für gute Sachen einsetzen. Aber Sie kennen das ja. Wasser predigen und Wein trinken. So klimaneutral, sich umweltfreundlich fortzubewegen. Bewegt sich Stefan Zimmer wirklich klimaneutral durch die Stadt? Ist er glaubwürdig? Wir machen mal diesen Proof. Gerade schneit es und stürmt es. Und wir haben uns gefragt, wie kommt Stefan Zimmer eigentlich ins Studio? So, schauen Sie sich das mal an, meine Damen und Herren. Also, er kommt mit dem Fahrrad an. Ganz klimaneutral. Bei diesem Schneewetter hat er das gemacht. Aber Stefan, so mit dem Fahrradschloss hast du ein paar Schwierigkeiten gehabt, ne? Ja, das war tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil auf der anderen Seite schon ein Fahrrad angekettet war. Und ich deswegen mein Schloss da nicht zumachen konnte. Deswegen habe ich da relativ lange gebraucht. Aber ja, mit den richtigen Klamotten bin ich mittlerweile auch zum Winterradfahrer geworden. Ja, und so sah er dann aus, als er ins Studio gekommen ist. Das ist die richtige Montur. Also, er ist nicht mit dem Auto gekommen, sondern er ist ganz klimaneutral mit dem Fahrrad gekommen. Also, schauen wir mal kurz in den Computer. Am 26.03. können die Berliner und Berlinerinnen abstimmen. Sie müssen in Berlin gemeldet sein. Sie müssen hier einen Wohnsitz haben. Und sie müssen Deutscher oder deutsche Staatsbürger oder Staatsbürgerin sein. Das sind die ganzen Voraussetzungen. Viele von Ihnen haben sicherlich die Wahlunterlagen schon bekommen. Und da sehen Sie es auf der Webseite steht es schon drauf. Der bequemste Weg vorneweg, können wir gleich sagen, ist einfach eine Briefwahl zu beantragen. Und ich habe das auch gemacht. Und das ging ratzfatz. Das war sofort da, zwei Tage oder drei Tage später. Ankreuzen und weg die ganze Geschichte. Genau. Also, das ist auch der Grund, weshalb wir die Briefwahl so stark bewerben. Es ist einfach das Bequemste. Und es ist vor allem auch das Sicherste, weil der Volksentscheid findet jetzt nicht mit einer Wahl zusammen statt. Und es kann leicht passieren, dass am 26. März dann vielleicht das Wetter schön ist und man dann doch lieber nach JWD, nach Brandenburg rausfährt für einen schönen Sonntagsausflug oder dass man noch verkatert ist vom Samstagabend und die ganze Abstimmung dann vergisst. An dem Tag wird auch auf die Sommerzeit umgestellt. Das heißt, nach der alten Zeit schließen die Wahllokale dann schon um 17 Uhr. Und damit das vielen Leuten eben nicht so geht und sie diese wichtige Abstimmung dann am Ende verpassen, machen wir ganz stark Werbung, das im Vorfeld per Briefwahl zu tun. Dann kann man auch ganz bequem zu Hause auf dem Sofa sich das nochmal durchlesen und bequem auf dem Sofa diese wichtige Zukunftsfrage entscheiden. Auf der Wahlbenachrichtigung ist auch ein Barcode drauf, den können Sie einscannen und dann ist das noch unproblematischer. Das geht einfach super, super easy, super bequem. Mein Kameramann hier oben, der gerade unsere Bilder zusammen mischt, Martin Jörg, der hat schon gewählt im Rathaus. Das geht nämlich auch. Genau, das ist die dritte Möglichkeit. Es gibt sogenannte Wahlstellen. Das ist nicht in jedem Bezirksamt möglich, aber das findet man auf berlin.de, wo diese Wahlstellen überall sind. Da kann man zu Öffnungszeiten jederzeit hingehen, einfach nur mit Personalausweis und direkt in der Wahlstelle sein Kreuzchen machen. Dann muss man auch nicht bis zum 96. März warten. Ja, das Entscheidende ist, es geht nicht um etwas Appellatives, sondern auf der Webseite steht drauf, wir blenden das mal ein, ändere das Gesetz alles zum Volksentscheid. Und das Tolle und das unheimlich Motivierende an der ganzen Geschichte, wir sagen auch gleich noch, um was es konkret geht, das unheimlich Motivierende ist, wenn dieser Volksentscheid positiv ausfällt, gilt dieses Gesetz. Das Gesetz gilt sofort. Da muss man nicht warten. In Berlin sollte die deutsche Wohnung enteignet werden und dann gab es im Volksentscheid ein Ja und ist immer noch nicht passiert. Das kann hier alles nicht passieren. Wenn Sie mit Ja stimmen, sei es per Briefwahl, sei es, dass Sie zur Wahlstelle im Bezirksamt gehen, sei es, dass Sie zum Wahllokal gehen, wenn wir über diese entsprechenden Zustimmungsquoten kommen, die verlangt sind, die besprechen wir gleich noch dran, gilt dieses Gesetz. Und Stefan, das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Genau, das war für uns damals auch der Grund. Wir hatten ja vorher schon zwei Volksinitiativen gemacht, die eher so einen appellativen Charakter haben und haben dann irgendwann gesehen, der Senat kommt nach wie vor nicht in die Puschen. Der Welt läuft aber die Zeit davon bei der Energiewende. Deswegen packen wir doch jetzt das scharfe Schwert eines Volksentscheides aus, der ein konkretes Gesetz fordert. Und wie du gerade gesagt hast, wenn wir das Quorum schaffen, dann gilt automatisch dieses Gesetz. Da brauchen wir kein Ja mehr vom regierenden Bürgermeister oder vom Abgeordnetenhaus. Das gilt dann sofort unsere Gesetzesfassung. Ja, und in Berlin sind viele Menschen unterwegs, die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren. Und wir haben so einen kleinen Motivationstrailer, der bei YouTube und überall läuft. Und den zeigen wir Ihnen jetzt. Ich möchte Astrophysiker werden. Ich glaube, wir sind hier, um auf die Tiere aufzupassen. Ich wünsche mir das Gefühl, nicht alleine zu sein. Es fühlt sich an, als ob viele Menschen gerade gleichzeitig aufwachen. Wir können unsere Stadt ganz anders denken. Am 26. März nehmen wir mit dem Berliner Volksentscheid unsere Zukunft in die Hand. Es ist ganz einfach, du musst nur ein Kreuz setzen. Viele Menschen sind unterwegs und es ist mittlerweile zu einer richtigen Volksbewegung in Berlin geworden. Stefan, ich war mit meinem Zwergspitz im Gleisdreieck unterwegs. Es kamen zwei Schülerinnen auf mich zu mit Unterlagen. Haben sie schon vom Volksentscheid gehört? Also ich bin wirklich angesprochen worden. Und dann habe ich mir mal gedacht, jetzt tue ich mal so, ob ich gar nicht Bescheid weiß. Und dann ist mir das erläutert worden, was tatsächlich hier auf dem Spiel steht, was man machen kann. Und es sind wirklich Menschen unterwegs, die sich dafür einsetzen. Es gibt unheimlich viele engagierte Leute. Das ist hier nichts, was irgendwo undercover läuft. Das ist im Straßenbild präsent. Man hat Öffentlichkeit geschaffen. Die Medien berichten auch darüber, teilweise auch negativ. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber wir müssen mal sagen, ihr habt es tatsächlich geschafft, dieses Thema schon in die Öffentlichkeit, in die Medien, in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und ihr habt es auch geschafft, Leute zu finden, die mit euch kämpfen. Ja, also das war jetzt zwei Jahre Mobilisierungsarbeit, Organizingarbeit, Kampagnenarbeit. Aber wir hatten in der Unterschriftensammelfase insgesamt rund 1500 Menschen, die ehrenamtlich mit uns Unterschriften gesammelt haben. Wir haben dafür in ganz Berlin sieben sogenannte Kiez-Teams gegründet, die quasi autonom in ihrem Kiez die Unterschriftensammlung organisiert haben. Und diese Kiez-Teams nutzen wir jetzt natürlich auch für den Wahlkampf. In diesen Kiez-Teams wird ausgemacht, wo treffen wir uns zum Flyer verteilen, wo machen wir einen Infostand, wo gehen wir in Läden nochmal rein und fragen, ob die nicht ein Plakat aufhängen wollen. Und es sind auch jetzt wieder mehrere hundert Menschen in ganz Berlin unterwegs, um diese wichtige Wahlkampfarbeit zu leisten. Ja, es ist unheimlich viel los. Und falls Sie sich fragen, meine Damen und Herren, warum hat Stefan Zimmer in der heißen Phase keine dunklen schwarzen Augenringe, weil er nur noch wenig schlafen kann? Es liegt daran, dass wir ihm zwei Liter Schminke ins Gesicht gekippt haben, damit er einigermaßen gut vor der Kamera aussieht. Nein, er sieht natürlich immer noch fantastisch aus, auch kurz vor der ganzen Entscheidung. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was so wichtig ist. Das haben wir hier eingeblendet. Ursprünglich wollte Berlin erst 2045 klimaneutral werden. Und was wird uns dieser Entscheid bringen, wenn es positiv verläuft? Und da muss man sagen, das Erste ist Verpflichtungen statt Ziele. Müssen wir ganz klar sagen, das, was es als Gesetz gibt, das sind, ja, das ist so wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir möchten gerne das 1,5 Grad Ziel erreichen, aber es ist nicht verpflichtend. Und genau das sagt dieser Gesetzestext anders. Nicht einfach nur ein frommer Wutsch, sondern es ist verpflichtend in dem Gesetz dann. Genau, das war eine der wichtigsten Änderungen, dass wir aus diesen Zielen Verpflichtungen gemacht haben. Das war damals der Rat auch von den Juristen, die uns da beraten haben. Der Begriff Ziel ist im Juradeutsch einfach sehr schwammig und sehr weit auslegbar. Und Verpflichtungen sind da einfach wesentlich präziser und dann im Fall des Falles, falls das nötig werden sollte, auch besser einklagbar. Ja, da hast du das schon gebracht, das entsprechende Stichwort. Das ist deshalb so wichtig. Es geht darum, dass es eben nicht nur ein Appellativ ist. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist nicht einklagbar. Es ist kein völkerrechtliches Abkommen. Das Kyoto-Protokoll von 1999, das war tatsächlich einklagbar, aber das eben nicht. Und das würde man jetzt bekommen. Und wir haben ja schon gesehen in Deutschland, dass man tatsächlich solche einklagbaren Prozesse gewinnen kann und sich etwas verändert. Und deshalb ist das so ein wahnsinnig entscheidender Punkt, dass es nicht einfach nur ein Ziel ist, das Ganze zu machen, sondern verpflichtend. Der zweite Punkt steht hier auch, sozialer gerechter Ausgleich. Es geht immer darum, dass man sozusagen da auf der einen Seite kann etwas teurer werden, muss mehr saniert werden und auf der anderen Seite muss es dafür einen Ausgleich geben. Gibt es ja auch heute schon. Nehmen wir mal zum Beispiel die Energiepreisbremse, die wir haben, die gleicht das ja für die Bürgerinnen und Bürger auch aus. Steht dieser Ausgleich mit im Gesetz? Genau, wir haben da einen Paragrafen eingebaut, weil bei der Wärmewende, das ist ja eines der größten Baustellen hier in Berlin, 40 Prozent der Emissionen ungefähr stammen aus der Wärmeversorgung. Und wir wollen einfach verhindern, dass diese Wärmewende vor allem von den Mieterinnen und Mietern bezahlt wird und die Mieten hier in Berlin noch weiter steigen. Deswegen hatten wir einen Paragrafen eingebaut, der sagt, dass wenn es zu warmen Mieterhöhungen kommt aufgrund dieses Gesetzes, dass da der Senatenausgleich schaffen soll, weil wir einfach verhindern wollen, dass sich Hauseigentümer ihr Haus eine Wertsteigerung machen, indem sie das komplett wärmedämmen. Und dann aber eben nicht nur die Heizkostenersparnis quasi auf die Nettomiete obendrauf schlagen, sondern das als Vorwand nutzen, ihre Rendite auch zu steigern und die Nettokaltmiete überproportional stark steigern, sodass dann die Warmmiete am Ende auch noch steigt. Weil im Prinzip ist es ja eine Investition, die kann man durchaus dann den Mietern auch in der Nettomiete in Rechnung stellen, aber eben nur in dem Maße, wie dann eben auch die Heizkosten sinken, sodass eigentlich unterm Strich sich für den Mieter nicht wirklich viel ändern müsste. Und das wollten wir mit diesen Paragrafen sicherstellen. Ich als investigativer Journalist habe also langsam den Verdacht, dass sich Stefan, so wie er erzählt, schon länger mit dem Thema beschäftigt könnte sein. Der nächste Punkt, wir reden immer von Klimaschutz und wir reden immer von CO2, aber wir haben sehr viele Treibhausgase, die sehr, sehr schädlich sind. NOx zum Beispiel ist 30 mal schädlicher als CO2 und deshalb ist das auch ein sehr wichtiger Punkt zu sagen, wir machen eine ehrliche Bilanz. Genau, das war uns auch wichtig. In der bisherigen CO2-Bilanz oder Emissionsbilanz Berlins wurde eben nur das CO2 berücksichtigt, aber andere klimaschädliche Gase eben nicht. Und du hattest gerade schon angesprochen, Methan ist zum Beispiel auch ein Treibhausgas, was ja wesentlich Klima, ich glaube 20-fach so klimaschädlich ist wie CO2, was zum Beispiel bei dem Transport von Erdgas an vielen Stellen entweicht und den Treibhausgaseffekt anheizt. Und es bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt nur auf das CO2 konzentrieren und andere Treibhausgase munter weiter emittiert werden. Von daher haben wir gesagt, im Gesetz muss festgeschrieben werden, alle Treibhausgase müssen berücksichtigt werden. Der vierte Punkt ist ehrlich gesagt mein Lieblingspunkt in dem Gesetz, nämlich Reduktion vor Kompensation. Wir reden viel zu viel von Kompensation. Wir sagen dann auch, ja, wir produzieren mehr erneuerbare Energie oder wir gleichen irgendwie, wir kompensieren irgendwelche Flüge. Aber eigentlich bleibt alles beim Alten und es wird eigentlich beim Thema Energiewende und Klimaschutz sehr, sehr oft vergessen, dass weniger Energie zu verbrauchen, weniger Emissionen zu erzeugen, eigentlich der erste Weg sind, Dinge zu verändern. Und es gibt kein Szenario der Energiewende, es gibt kein Szenario des Klimaschutzes, in dem wir nicht weniger Energie verbrauchen müssen oder dürfen, als wir es jetzt sozusagen schon haben. Und wir reden immer davon, ja, wir produzieren mehr erneuerbare Energie, aber in der Reduktion sind unfassbare Effekte zu erzielen. Ich habe mal was gemacht mit dem Wuppertal-Institut, wenn man Tempo 100 auf der Autobahn einführt, darf man ja in Deutschland nicht sagen, würden sofort sechs Prozent aller Emissionen verschwinden. Und zwar nicht nur sechs Prozent der Emissionen im Verkehr, der Gesamtemission. Muss man sich das mal vorstellen, was das für ein Deal ist, wenn wir Tempo 100 haben. Vielleicht kann man es auch Tempo 120 machen, ist ja egal. Wir können sofort sechs Prozent einkassieren. Was muss man dafür machen? Vielleicht ein paar Verkehrsschilder aufstellen. Also da ist einfach Reduktion vor Kompensation und da brauche ich nur mal durch Berlin gucken an allen Ecken und Enden. Da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Genau, also du hast es gerade das Tempolimit angesprochen. Das sind ja die sogenannten Low-Hanging-Foods, also die Maßnahmen, die einfach sehr leicht und schnell erreichbar sind. Und die müssen jetzt als erstes umgesetzt werden. Aber insgesamt war uns eben auch wichtig, dass Berlin sich da nicht die Weste frei reinwäscht, indem dann irgendwelche Aufforstungsprojekte in Afrika finanziert werden, mit dem dann unsere Bilanz quasi schön gerechnet wird. Sondern, dass wir hier in Berlin eben alle Emissionen reduzieren, soweit wie möglich. Im Energiewende-Gesetz steht ja auch mit unserem Gesetzesentwurf eine Reduktion von 95 Prozent. Also fünf Prozent Emissionen bleiben quasi, können quasi noch drin bleiben. Das sind die Bereiche, die am allerschwersten umsetzbar sind. Aber wir wollen eben verhindern, dass der Senat sich hier irgendwie aus der Affäre mogelt und dass wirklich alles getan wird, um die Emissionen jetzt soweit wie möglich runter zu senken. Also diese vier Punkte sind im Zentrum dieser ganzen Geschichte. 25 Prozent der Wahlberechtigten in Berlin müssen zugestimmt haben. Das sind diese 608.000, von denen ich am Anfang dieser Sendung sprach. Also 25 Prozent müssen zugestimmt haben. Das heißt, die müssen auf alle Fälle auch zur Wahl gehen. Das heißt, wenn nur 15 Prozent zur Wahl gehen und die stimmen zu 70 Prozent dafür, dann ist der Volksentscheid trotzdem verloren. Genau, so war es, ich glaube, vor rund zwölf Jahren bei dem Volksentscheid zur Rekommunalisierung des Stromnetzes. Die hatten, glaube ich, 80 Prozent Zustimmung, aber am Ende haben ihnen 20.000 Stimmen gefehlt bei der Beteiligung. Und deswegen ging das damals dann nicht durch. Und genau dieses Szenario droht bei uns natürlich auch, weil wir eben nicht mit einer regulären Wahl zusammenfallen. Und wenn die Leute nur für den Volksentscheid ins Wahllokal gehen müssen an einem Sonntag, wo alle frei haben, kann das eben leicht passieren. Deswegen bewerben wir jetzt eben so stark auch die Briefwahl, damit möglichst viele Leute jetzt im Vorfeld diese wichtige Abstimmung schon hinter sich bringen und sich daran beteiligen. Weil wir wollen ja auch, dass sich möglichst viele Berlinern und Berliner mit der Thematik befassen und da mit abstimmen. Gerne auch Menschen, die dagegen sind, auch die sollen mit abstimmen. Es soll ja ein demokratisches Quorum werden, damit am Ende eben genügend Leute abgestimmt haben, damit das Gesetz dann auch gilt. Sind denn die Volksentscheide, die in Berlin positiv ausgegangen sind, wo man das erreicht hat, sind die denn alle mit Wahlen zusammen gewesen? Oder hat man es auch mal geschafft, wo man die Menschen tatsächlich extra ins Wahllokal bewegen musste? Nee, es gab insgesamt vier Volksentscheide, die nicht mit Wahlen zusammengefallen sind und davon hat es einer geschafft. Das war der zu den Geheimverträgen der Wasserbetriebe. Der lief auch nicht mit einer Wahl ab und da wurde das Quorum tatsächlich erreicht. Und das hat am Ende dann ja auch nicht im Erfolg gemündet. Ja, wir gehen natürlich davon aus, dass die 608.000 Stimmen zustande kommen. Es muss auf alle Fälle, selbst wenn 25 Prozent zur Wahl gehen, muss aber relativ dann natürlich die Mehrheit dafür sein. Wenn 25 Prozent zur Wahl gehen und davon stimmen so und so viel Prozent dagegen, habt ihr trotzdem verloren oder haben wir trotzdem verloren? Genau, also natürlich muss die Mehrheit für den Volksentscheid stimmen, damit er am Ende auch durchkommt. Das ist aber relativ sicher gesetzt, weil Menschen, die unsere Gesetzesänderung ablehnen, tendenziell eher gar nicht hingehen. Von daher, ich denke, wir haben auf jeden Fall die Mehrheit von denen, die abstimmen. Aber diese Mehrheit muss eben auch 608.000 Stimmen umfassen. Und denken sie nicht, ist ja egal, ob ich hingehe oder nicht. Das haben wir bei der letzten Berlin-Wahl gesehen. Da haben 50 Stimmen entschieden, wer ist zweitstärkste Partei in Berlin. Wer hätte theoretisch jetzt, wenn die Koalition weitergelaufen wäre, wer hätte dann sozusagen Anrecht gehabt, ob die Grünen oder die SPD, die Bürgermeisterin sozusagen stellen. Da haben 50 Stimmen entschieden, wer die zweitstärkste Partei war. Also es ist unglaublich, wie wichtig die einzelne Stimme ist. Und man muss auch dazu sagen, Sie haben ja in den Medien vielleicht verfolgt, dass die SPD die regierende Bürgermeisterin stellen könnte in der bisherigen Koalition, die in Berlin regiert. Aber die regierende Bürgermeisterin hat sich entschieden und die Berliner SPD hat sich entschieden, Koalitionsverhandlungen mit der CDU zu betreiben und einen christdemokratischen Bürgermeister ins Amt zu hieven. Und deshalb ist dieser Volksentscheid umso wichtiger, weil wir ja wissen, dass die CDU, was in Sachen Klimaschutz angeht, ich sage es mal salopp so, nicht die erste Wahl ist. Und deshalb kann es sehr, sehr wichtig sein, wenn wir einen konservativ geführten Senat bekommen, dass tatsächlich ein solches Gesetz verpflichtend, egal welche Regierung wir haben, tatsächlich vorhanden ist. Ja, also genau so sieht es aus. Wir denken, dass es eigentlich jede demokratische Partei für selbstverständlich halten müsste, die Energiewende jetzt möglichst schnell umzusetzen. Wir hatten vorhin schon das Paris-Abkommen, das ja vom Deutschen Bundestag ratifiziert wurde, genannt. 2021 gab es ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was auch nochmal gesagt hat, wir dürfen die Freiheitsrechte künftiger Generationen nicht einschränken. Wir müssen jetzt die Energiewende und die ganze Klimawende möglichst schnell vorantreiben. Von daher muss das eigentlich auch ein Projekt der CDU werden und auch der FDP und der SPD, aller demokratischen Parteien. Aber wir sehen das ganz ähnlich, wenn man sich die konkrete Politik anschaut, der CDU und SPD in der Vergangenheit, kann man nicht sagen, dass diese Parteien dafür sprechen, die Klimawende, die notwendig ist, jetzt wirklich auch schnell umzusetzen. Aber wir gehen davon aus, dass sich alle demokratischen Parteien an Recht und Gesetz halten und dann unser Gesetz eben auch umsetzen, wenn wir den Volksentscheid dann gewinnen. Ja, und das ist auch ein Volksentscheid, wissen Sie, der hat gar nichts mit den politischen Parteien zu tun, weil es könnte man sagen, die Grünen müssten eigentlich dazu aufrufen, mit Ja zu stimmen oder die Linke zumindest. Oder letztlich hätte ich es der SPD auch zugetraut, aber bislang haben nur die kleineren Parteien in Berlin eigentlich gesagt, ja, wir sind dafür, dass das sozusagen gemacht wird. Selbst die Grünen sind so, gut, die Spitzenkandidatin hat gesagt, sie stimmt mit Ja, aber es ist eben keine Wahl, die irgendwas mit politischen Parteienkonstellationen zu tun hat. Das hat einfach nur etwas mit ihrem Willen zu tun, ein Votum für den Klimaschutz in Berlin abzugeben. Es ist keine Parteipolitik. Genau, also es ist ja ein Volksentscheid, das heißt, die Bevölkerung macht hier das Gesetz. Das schreiben wir zum Teil auch auf den Plakaten, die jetzt hier auch plakatiert werden. Du machst das Gesetz. Das ist das Tolle an der Volksgesetzgebung. Und wir sind jetzt mit der Linkspartei auch im Gespräch, ob die vielleicht nochmal ihre Position ändern, auch mit den Grünen. Aber am Ende sind wir auf die Parteien nicht angewiesen. Wir können mit dem Volksentscheid das Gesetz selber machen. Und am Ende ist es einfach wichtig, dass wir alle Parteien jetzt dazu hinbekommen, jetzt wirklich in die Puschen zu kommen. Bei unserer Pressekonferenz hat man ja gesagt, wir brauchen jetzt einen Moonshot-Mindset in der Regierung, dass jetzt einfach anerkannt wird, okay, wir können nicht mit Realpolitik so weitermachen wie bei jedem anderen politischen Thema. Wir müssen jetzt wirklich alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, diese Energiewende so schnell wie möglich hinzubekommen. Übrigens auch nicht nur, um die Klimakrise einzudämmen. Wir hatten ja letzte Woche erst diese neue Studie im Auftrag der Bundesregierung, die gesagt hat, auf dem aktuellen Pfad eines schlimmen Klimawandels kommen 900 Milliarden Euro Klimaschäden allein bis 2050 auf die Bundesrepublik zu. Das ist das Szenario, auf dem wir uns gerade befinden. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, Schulden für die Zukunft zu minimieren und jetzt in die richtigen Dinge zu investieren, nämlich in die Energiewende. Haben Sie gerade Stefan Zimmer gehört? Die Bevölkerung macht das Gesetz. Das, wovon wir immer träumen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger Gesetze machen. Stefan Zimmer, die Propagandaschlange, flüstert uns das ins Ohr hinein, was wir als Bürgerinnen und Bürger immer hören wollen. Aber das ist wirklich toll. Wir reden immer von der Schweiz mit der direkten Demokratie. Hier haben wir die Möglichkeit. Und natürlich gehen wir davon aus, dass die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner tatsächlich mit Ja stimmt, dass die 608.000 Stimmen dafür erreicht werden. Und deshalb haben wir auch schon die Pressekonferenz vorbereitet, die es dann nach dem erfolgreichen Wahlausgang zu sehen gibt. Hier ist die Pressekonferenz. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus der Novelle des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt. Das heißt, der notwendigerweise, wie man so schön sagt, den rechtmäßigen Zeitpunkt der Klimaneutralität regelt, also das Jahr 2030. Weil wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung so langsam vollzieht, was ja auch für diese Stadt nicht ganz einfach ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger von Berlin möglich macht, diese Verpflichtung sofort in Kraft zu setzen. Ab sofort? Also Genossen, es ist mir mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Also sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also, das Land Berlin unternimmt alle erforderlichen Schritte für die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen des Berliner Senats sind angewiesen, Briefwahlunterlagen für Berlin 2030 unverzüglich zu verteilen, ohne dass dafür noch weitere Voraussetzungen vorliegen müssen. Wie soll das mit der Klimaneutralität funktionieren? Die Umsetzungsfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, erneuerbare Energien müssen ja, damit jeder in ihren Besitz kommt, überhaupt erst einmal gebaut werden. Wir wollten aber erst einmal... Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Früher ist alles besser. Gehen Sie wählen. Ja, so ähnlich hätten wir es dann gerne nach der Wahl, dass die Pressekonferenz dann so verlaufen könnte. Jetzt ist es aber so, meine Damen und Herren, das ganze Thema wird ja diskutiert und es ist gar nicht mal so, dass es da einen politischen Schlagabtausch zwischen den politischen Parteien gibt. Es gibt medial auch sehr viel Gegenwind und wenn Sie hier in Berlin sind, wird auch zunehmend medial dagegen gepowert für Nicht-Berlinerinnen. Und Berliner muss ich kurz erklären, es gibt hier eine relativ schrottige Boulevardzeitung. Die BZ kommt aus dem Springerverlag, da kommt ja eh publizistisch wenig Sinnvolles raus. Und die BZ versucht also wirklich aus allen Rohren gegen diesen Volksentscheid zu powern. Und ich muss einschränkend sagen, ich habe auch in der BZ einige Artikel gelesen, die fand ich okay. Da wurde das relativ gut dargestellt, aber es gibt da natürlich auch kompletten Nonsens, der abgedruckt wird. Ist halt eine doofe Boulevardzeitung. Schauen wir mal rein. Zum Beispiel hier. Der Volksentscheid zum Klima führt direkt in das totale Autoverbot. So ein Unsinn wird erzählt, um sozusagen Front zu machen gegen diesen Volksentscheid. Und das ist einfach nur Biertisch-Medien-Berichterstattung. Und natürlich muss man sagen, der Volksentscheid führt nicht automatisch zum Autoverbot. Nein, also wir hatten ja vorhin die Forderungen nochmal durchdekliniert. Wir fordern keine einzige Maßnahme, sondern ja erstmal vor allem eine Zielverschärfung und eine Konkretisierung durch die Verpflichtungen. Und wir fordern auch kein Autoverbot in Berlin. Es wird immer in Berlin Autos geben. Die fußkranke Oma, die zum Arzt muss, wird auch weiterhin mit dem Auto zum Arzt gefahren werden können. Was nötig sein wird, ist eine Reduzierung der privaten PKWs in Berlin. Und da denken wir, schaffen wir ja auch Planungssicherheit. Wenn dieser Volksentscheid jetzt durchkommt und bis 2030 die Emissionen runterkommen müssen, dann wissen sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte, Okay, mein Diesel ist jetzt fünf Jahre alt. In fünf bis sechs Jahren wird er eh anfangen, Mätzchen zu machen. Die Deutschen verkaufen ihr Auto in der Regel nach zehn Jahren. Ich kann das jetzt noch weiterfahren, alles easy. Aber wenn das 2028, 2029 dann kaputt geht oder ich mir dann eh ein neues anschaffen müsste, dann habe ich die Planungssicherheit und weiß, ich werde mir 2028 oder 2029 keinen neuen Diesel mehr kaufen, weil ich den dann eben ab 2030 in der Stadt nicht mehr fahren kann. Aber dann habe ich die Planungssicherheit. Aktuell lässt die Politik die Menschen ja eher ins offene Messer laufen. Die Menschen denken, sie können ewig weiter mit Diesel fahren. Und die Klimakrise wird voraussichtlich weiter eskalieren. Irgendwann wird es zu härteren Einschnitten kommen. Und dann kann es sein, dass von heute auf morgen Verbrennermotoren verboten werden müssen. Dann haben die Leute falsch investiert und sitzen auf ihren Autos, die sie nicht mehr nutzen können. Von daher, wir wollen den Leuten Planungssicherheit geben. Und natürlich brauchen wir auch mehr Alternativen. Wir können nicht einfach sagen, wir reduzieren die Anzahl der Autos. Wir müssen die Taktung im ÖPNV bei der BVG erhöhen, dass im 2-3 Minuten Takt die Tram kommt. Wir brauchen neue Bus- und Tramlinien, dass wir ein dichteres Netz bekommen, gerade auch in den Außenbezirken. Es gibt jetzt schon Sharing-Konzepte, die müssen ausgebaut werden. Es muss ja nicht immer ein privates Pkw-Auto sein. Mit Sharing-Autos kann man sehr gut von A nach B kommen, wenn man denn mal was Größeres transportieren muss oder eben die fußkranke Oma zum Arzt fahren muss. Und wenn wir das Fahrradwegenetz nochmal weiter ausbauen, dann können auch alte Menschen und auch Kinder sicher mit dem Fahrrad von A nach B fahren, wenn sie nicht mehr Angst haben müssen im Straßenverkehr, um ins Leben zu kommen. Was ja das ja nach wie vor leider passiert. Dann schaffen wir viele neue Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Dann kann ich eben jeden Tag ganz neu wählen, was muss ich transportieren, wo muss ich wie hin. Und es ist heute schon so, wenn ich einen dringenden Termin habe, ich bin selbst selbstständig, dann fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Da bin ich auf einer 6-7 Kilometer Strecke in 20 Minuten mit dem Fahrrad. Im Auto stehe ich eine halbe, dreiviertel Stunde im Stau, komme zu spät zu meinem Termin. Also je nach Anlass kann ich dann das Verkehrsmittel wählen, was dann eben am besten geeignet ist. So wird der Verkehr, denke ich, in zehn Jahren in Berlin aussehen. Ja, also sowas wie hier in dieser Schlagzeile, der Volksentscheid zum Klima wird direkt in das totale Autoverbot. Das glaubt ja der Autor selber nicht, der das schreibt. Und das glaubt auch keiner, der das liest. Ist ja Schwachsinn zu sagen, in ganz Berlin gibt es ein totales Autoverbot. Also es ist einfach blöder Quatsch, der da publiziert wird. Und es ist schon erstaunlich, dass überhaupt sowas irgendwie dann auch noch veröffentlicht wird, so ein totaler Blödsinn und Unsinn. Es wird aber immer argumentiert und das ist dann schon was anderes. Es wird gesagt, ja, da muss Berlin zwei Milliarden Euro investieren. Das wird ja richtig teuer und die Mieten gehen rauf. Da wird die nächste Angst gemacht. Die Mieten gehen rauf und so weiter. Wir wissen aber, dass erneuerbare Energie billiger ist als fossile Energie. Wir wissen mittlerweile, dass Klimaschutz billiger ist, als so weiterzumachen. Und lassen Sie uns jetzt nicht die zwei Milliarden Euro diskutieren, die Berlin dafür braucht oder brauchen könnte vielleicht. Vielleicht ist es sogar noch viel mehr, was wir brauchen. Aber es ist doch mittlerweile auch klar, dass der teuerste Weg ist, nichts zu machen, oder? Ja, also ich hatte ja gerade vorhin schon die neue Studie der Bundesregierung genannt. 900 Milliarden an Klimaschäden allein bis 2050 für ganz Deutschland. Und wir hatten ja vor zwei Jahren gesehen, was im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen und Saarland passiert ist. Da sind an einem einzigen Tag innerhalb von 24 Stunden 40 Milliarden Schäden entstanden. Häuser wurden zerstört, Infrastruktur wurde zerstört, Wirtschaftsbetriebe wurden zerstört, konnten monatelang nicht mehr arbeiten. Lieferketten wurden zerstört. Insgesamt ein volkswirtschaftlicher Schaden von 40 Milliarden. Diese Machbarkeitsstudie für den Wärmebereich, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut, hat gesagt, es würde vier Milliarden Euro kosten, das Fernwärmenetz komplett zu dekarbonisieren. Das ist ein Zehntel von dem, was im Ahrtal an einem einzigen Tag zerstört wurde. Da sieht man das Verhältnis, investieren wir jetzt in die Zukunft, in eine Technologie, von der wir jahrzehntelang noch jedes Jahr profitieren werden durch niedrige Energiekosten oder machen wir so weiter wie bisher und haben dann die zehnfachen Kosten an einem einzigen Tag und sowas wird in Zukunft ja öfters passieren. Ja, wirklich sind die zwei Milliarden, also ich meine, es werden ja ganz andere Zahlen aufgerufen. Jetzt gibt die Bundesregierung 200 Milliarden Euro aus, um fossile Energiepreise zu subventionieren, weil wir nicht genug erneuerbare Energie haben. Oder hier die berühmten 100 Milliarden für die Bundeswehr, wo es heißt, die reichen ja gar nicht aus, davon können wir nicht mal Munition kaufen. Ja, zwei Milliarden für eine Hauptstadt, die klimaneutral zu machen, kriegen wir nicht hin. Wie gesagt, die Zahl ist ja auch einfach nur so wupp in den Raum reingeworfen. Aber ich glaube, das taugt überhaupt nicht, um uns Angst davor zu machen, diese Aufgabe einfach anzunehmen. Was aber viele an dem Volksentscheid wirklich kritisieren, auch Klimafolgenforscher, was viele Politiker auch sagen, ist zu sagen, bis 2030 ist es nicht realistisch, das sozusagen zu schaffen. Wir werden nicht bis 2030 klimaneutral werden. Da würde ich jetzt sagen, ja, so what? Dann sind es zwei Jahre später. Aber es geht ja hier darum, dass diese Aufgabe gesetzlich nun endlich mal in Angriff genommen wird. Ja, also das war vor zwei Jahren ja auch der Anlass für uns, diesen Volksentscheid zu starten, weil wir eben gesehen hatten, der Senat erklärt die Klimanotlage. Ansonsten passiert aber nicht sonderlich viel. Und wir wollen, dass der Senat einfach jetzt ins Handeln kommt. Im aktuellen Gesetz steht drin bis 2045 Reduktion um 95 Prozent. Und das hat einfach das Problem, das ist in 23 Jahren, das sind jetzt noch fünf Legislaturperioden. Das heißt, die aktuelle Regierung, die jetzt ins Amt kommen wird, kann sich damit jetzt ganz bequem erst mal drei Jahre gar nicht mit beschäftigen, weil das Ziel noch so weit entfernt liegt. Und wenn wir im Gesetz jetzt diese Zielzahlen nach vorne ziehen, es gibt ja auch noch ein Zwischenziel bis 2025 und bis 2030 zwingen wir den Senat, dieses Problem eben nicht mehr zu vertagen auf die Nachfolge-Nach-Nach-Nachfolge-Regierung, sondern wir zwingen den aktuellen heutigen Senat jetzt 2023 anzufangen, diese Transformation anzugehen, jetzt in die Zukunft zu investieren. Unter anderem auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn die Energiewende schafft ja auch neue Jobs, zukunftsfähige Jobs, die entweder jetzt hier in Berlin entstehen können oder auch in anderen Regionen. Wenn man sich anschaut, die letzten Hightech-Industrien, die sich in Deutschland angesiedelt haben, ist einmal diese Batteriezellenfabrik und eine Chipfabrik von Intel. Die haben sich nicht in Bayern angesiedelt, wo sehr viel Strom aus Gaskraftwerken produziert wird, sondern die haben sich in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt angesiedelt, unter anderem, weil dort 100 Prozent erneuerbarer Strom aus Wind- und Sonnenenergie zur Verfügung steht. Und da sieht man ja schon, das hat auch handfeste wirtschaftliche Gründe, jetzt wirklich die Energiewende hier voranzuschaffen, damit Berlin hier den Anschluss nicht verliert. Sonst könnte ich so sagen, 2045 wiege ich wieder 80 Kilo. Dann kann ich bis 2043 weiter meine Gummibären abends essen und dann höre ich 2043 auf, schaffe es nicht und sage, tja, leider habe ich mein Ziel 2045 verpasst. Wichtig ist, dass ich jetzt aufhöre, nachts und abends Gummibären zu essen. Das kann ich sozusagen sofort machen. Und das ist das Ziel, es jetzt wirklich anzufangen. Und wie Stefan sagt, nicht in die nächste Legislaturperiode zu verschieben, sondern es jetzt einfach irgendwie zu machen. Und wenn wir dann 2030 erreicht haben, dann werden wir sozusagen noch gucken, wo wir stehen. Und nun lassen Sie uns das Ziel erstmal durchsetzen. Lassen Sie uns dieses Gesetz durchbringen. Einen Punkt zum Schluss will ich noch kurz besprechen. Die Kampagne ist sehr professionell organisiert. Es ist im Stadtbild präsent. In den Medien wird geschrieben, dass 1,25 Millionen Euro aufgewendet worden sind für die Kampagne bisher. Das ist für so eine Kampagne eine Menge Geld. Ich meine, wenn man weiß, was Werbung kostet, ist es wiederum nicht so viel. Aber für so eine Bürgerkampagne ist das viel Geld. Wo ist das Geld eigentlich hergekommen? Aus verschiedenen Quellen. Wir haben mehrere Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Da haben wir insgesamt 150.000 durch Kleinspenden eingesammelt. Wir haben aber auch Großspenden bekommen von verschiedenen Stiftungen und auch Einzelpersonen. Das ist zum einen ein deutsches Ehepaar, das jetzt schon seit mehreren Jahren in den USA lebt und dort auch ihr Geld verdient. Die haben uns einen großen Teil gespendet. Dann gibt es noch ein Berliner Ehepaar, die mit Solarzellen vor 20 Jahren schon angefangen haben zu arbeiten und da sehr viel Geld verdient haben. Und die uns auch größere Beträge gespendet haben und noch ein Berliner Unternehmer, ein Investor, der hat uns jetzt auch nochmal einen größeren Betrag gespendet. Daneben gibt es aber auch zahlreiche Spenden zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Zum Beispiel von der Suchmaschine Ecosia, das ist diese Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Oder dem Sportkleidungshersteller Patagonia. Da ist insgesamt diese stolze Summe zusammengekommen. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man sich anschaut, wie viel Gelder Industrielobbys haben, zum Beispiel die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die von der Autoindustrie auch gesponsert wird, dann sind 1,2 Millionen doch eher Peanuts. Aber es ist natürlich schön, dass wir hier auch eben professionelle Werbung großflächig schalten können. Jetzt zum Beispiel dann auch im Kino, im Berliner Fenster die Straßenplakate. Ohne die ehrenamtliche Arbeit dieser vielen hundert, in der Sammelfase 1500 Menschen, wäre all das aber trotzdem nicht möglich gewesen. Und neulich hatte ich ein Zitat gelesen, das es eigentlich ganz gut trifft. Wie sollen wir denn die Welt ehrenamtlich retten, wenn andere sie hauptberuflich einreißen und in Flammen setzen? Von daher bin ich ganz froh, dass es einige wenige Millionäre gibt, die hier auch Geld in die Hand nehmen, um so ein wichtiges Projekt mit zu unterstützen. Dazu muss man auch sagen, die ersten Spenden kamen ein Dreivierteljahr rein, nachdem wir mit dem ganzen Projekt angefangen hatten. Der Gesetzesentwurf bereits eingereicht wurde. Also das Geld hat keinen Einfluss auf unsere Inhalte genommen, sondern uns nur Möglichkeiten geschaffen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt noch eine Einladung an Sie. Wenn Sie sagen, jetzt sagt er schon wieder am 26.03. in der Volksabstimmung dafür abstimmen, meine ich gar nicht. Am 25.03. laden wir Sie ein, zum Brandenburger Tor zu kommen. Stefan, jetzt kriegen schon wieder einige Leute Angst und sagen, komm Sarah Wagenknecht und Adi Schwarz hat schon wieder zum Brandenburger Tor. Nein! Es ist sozusagen die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor und dort soll nochmal mobilisiert werden. Und da haben wir wirklich die Creme de la Creme des deutschen Klimaschutzes da. Luisa Neubauer ist da. Was erwartet uns am 25.03. am Brandenburger Tor? Genau, das ist quasi der Höhepunkt des Wahlkampfs und der Grünen der Abschluss mit dieser Großdemonstration, dieser großen Kundgebung. Luisa Neubauer hast du schon gesagt, Maja Göppel erwarten wir auch. Von uns werden da nochmal einige Sprecherinnen sprechen. Wir haben auch noch WissenschaftlerInnen eingeladen. Und es gibt auch ein breites musikalisches Rahmenprogramm. Die Beatstakes werden auftreten. Element of Crime, Nora Tschirner wird auftreten. Also es gibt ein buntes musikalisches Rahmenprogramm von 14 bis 20 Uhr am Samstag vor dem Volksentscheid. Wollen wir dann diese Kampagne nochmal schön zum Abschluss bringen. Und da sind alle Berlinerinnen und Berliner herzlich eingeladen, sich da selber nochmal einen Eindruck von diesem Volksentscheid, von dieser Gesetzesänderung zu machen, um dann am nächsten Tag im Wahllokal spätestens ihr Kreuzchen zu setzen. Du bist so optimistisch. Wir waren ja schon ganz pessimistisch beim Volksbegehren, dass die Zahlen zusammenkommen. Da saßen wir hier im Studio und da sah es echt mau aus mit den ganzen Zahlen. Und dann habt ihr das ja wirklich so grandios und bravourös geschafft. Und ich glaube, es waren 80.000 Stimmen sogar mehr, als ihr gebraucht habt. Also es war sensationell, was da rausgekommen ist. Und jetzt denke ich wieder so, 25 Prozent der Wahlberechtigten an die Wahlurne zu bringen, die auch noch mit Ja stimmen müssen. 608.000 Leute. Ist das schaffbar? Wie optimistisch bist du oder seid ihr wirklich? Ich bin verhalten optimistisch. Wir haben jetzt schon über 370.000 Briefwahlanträge. Da wissen wir natürlich nicht, wie hoch das Bestimmungsquorum ist. Da sind mit Sicherheit auch Leute dabei, die mit Nein stimmen wollen. Aber es ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass sich jetzt schon im Vorfeld per Briefwahl so viele Leute an der Abstimmung beteiligen. Und also wie jetzt mehrfach gesagt, Volksentscheide, die nicht mehr in der Wahl zusammenfallen, tun sich immer sehr schwer, dieses Quorum zu erreichen. Von daher, ich denke, es wird eine knappe Kiste werden. Es ist wirklich, wie du vorhin auch gesagt hattest, SPD, Grüne liegen nur 50 Stimmen auseinander. Jede einzelne Stimme kann einen Unterschied machen. Aber ich habe einen optimistischen Eindruck, dass wir es tatsächlich hinkriegen. Wir haben jetzt noch zwei Wochen zu mobilisieren. Und wie gesagt, am Samstag dann noch dieses große Konzert, was hoffentlich dann auch viele nochmal dazu bewegen wird, am Sonntag dann wirklich auch ins Wahllokal zu gehen. 370.000 Anträge für Briefwahl, das finde ich schon richtig, richtig gut. Das macht mich jetzt ganz schön optimistisch in dem Moment. Genau, aber es braucht nach wie vor noch 300.000 Leute, die dann auch wirklich noch abstimmen. Von daher, das Kind ist noch nicht im Kasten. Zum Schluss, eine wichtige Frage. Stefan, weißt du noch, was du hier im Studio versprochen hast, falls der Volksentscheid positiv ausgeht? Genau, also wenn der Volksentscheid wirklich positiv ausgeht und ihr mich hier nochmal einladet, dann werde ich das nächste Mal ohne Mütze kommen. Genau, also wir wollen Stefan ohne Mütze sehen und Sie können dazu beitragen. Und vor allen Dingen, wenn Sie am 25.03. zum Brandenburger Tor kommen, dann sehen Sie Stefan Zimmer live und in Farbe in echt. Also ich meine, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Und nochmal, vielleicht war die Sendung für Sie nicht ganz so spannend, wenn Sie jetzt nicht aus Berlin gekommen sind. Aber es ist ein Weg, in dem wir Bürger und Bürgerinnen Einfluss nehmen können, in dem wir etwas entscheiden können. Und davon brauchen wir nicht weniger, sondern mehr und das Engagement vieler, vieler Menschen. Und Sie können dabei sein. Also am 26.03. kämpfen wir, stimmen wir für ein klimaneutrales Berlin ab. Wir schaffen das, denn wir sind die Energiewende. Das war Leben mit der Energiewende TV für heute. Das war Leben mit der Energiewende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020